Hallo Leute! Und dann kommt nichts mehr oder was? Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Frage an euch. In diesem speziellen Video möchte ich euch fragen, was denn euer Lieblingswort ist im Moment? Das heißt, welches Wort benutzt ihr häufig? Am Tag vielleicht? Oder zu bestimmten Situationen und ihr wisst und es ist praktisch schon fast unbewusst, dass ihr es benutzt und dann erst, wenn ihr es ausgesprochen habt, merkt ihr eventuell, dass ihr es benutzt habt. Was ist euer temporäres Wort? Schreibt es mir in die Comments. Würde mich sehr interessieren. Was ist mein temporäres Wort? Also, ich schätze mal, derzeit ist es What the fuck? Und ich habe keinen Plan, wie ich mir das angeeignet habe. Auf jeden Fall sage ich es momentan sehr, sehr gern. Ja, davor, ganz früher war es mal not so nett. Bescheuert, ich weiß, aber damals war das wirklich für mich in. Was ist bei euch in? Was ist momentan euer Wort, was ihr immer und immer wieder benutzt? Euer Playman. Bye.